So, meine lieben Zuschauer, wir betrachten das Ganze jetzt mal von der anderen Seite. In der Mitte des Bildes seht ihr die potenzielle Treppe. Und jetzt sind wir auf dieser kleinen Insel, die an die Treppe grenzt. Früher ging die letzte Treppe direkt ins Wasser und heute führt sie auf diese kleine Insel. Von dieser Insel kommen wir A, zum Pferhafen, Containerhafen meine ich, oder B, man kommt zu einem Kreuzfahrtschiff. Ja, hier ist auch ein Hotel drauf gebaut worden, das Hotel Odessa. Nächstes Mal befindet sich wieder der Güterhafen. Und nochmal umgedreht jetzt der Güterbahnhof. So, jetzt haben wir 360 Grad, denn da hinten ist die Treppe.